Oh mein Gott. Das war echt knapp, ey. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Vor allem gut, dass du gerade so schnell den Nebel gezogen hast, ne? Ey, da hast du gerade gesehen, wo wir gerade waren. Das war gerade komplett bunt. Was ist denn hier los? Wenn jetzt noch Trommeln kommen. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn hier gelandet? Das klingt so eporal. Mystisch. Was sind wir denn jetzt? Nach etwas großem. Nach etwas ganz großem. Nach einer... Ich weiß nicht, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Keine Ahnung. Es sieht hier so ein bisschen aus wie... im Garten Eden oder so. Garten Eden? Oh, ey, die ganzen Steine... Guck mal, guck mal, guck mal da hinten, guck mal. Siehst du das? Da hinterm Fels? Da ist so ein Haarred. Eww. Ih, das sieht ja aus wie mein Vater. Was macht mein Vater hier? Ich glaube, der sieht noch schlimmer aus. Meinst du, der sieht schlimmer aus? Ja. Boah. Vor allem, der läuft auch so gebückt irgendwie. So wie der Argentinier nach dem WM-Finale, oder? Ja, stimmt. So ein bisschen, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Alter, was ist denn hier verkehrt? Oh, guck mal. Sind das Menschen? Sind das Homo Sapiens, oder was ist das denn? Das könnte sein. Könnte sein, könnte sein. Lassen Sie das. Wisst ihr, wo wir sind? Ich glaube, wir sind... Ich habe eine Vermutung. Wo sind wir denn? Sag mal. Also, ich glaube, das sind hier gerade die ersten Menschen. Ey, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, da kommt die da, guck mal, da kommt die da, da kommt die da. Guck mal. Guck mal, Kleiner, kennst du das? Guck mal. Was machst du denn jetzt? Das ist Feuer. Erschreck ihn nicht, erschreck ihn nicht. Guck mal. Jetzt kommt mal über mehr. Was ist denn hier los? Ey, was hast du denn jetzt gemacht? Ich wollte ihm nur Feuer geben. Oh Mann. Ey, die wissen doch noch gar nicht, was das ist. Das kannst du doch nicht einfach so machen, ey. Alter. Du musst auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Leben die nicht im Jahr 2015? Nein. Alter, ey. Was ist denn hier verkehrt jetzt auf dem Mal? Warte mal. Was machen die denn da jetzt? Ich glaube, die unterhalten sich auf Elbisch. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich glaube, die wollen uns jetzt. Ich glaube, wir sollten auch relativ schnell zusehen, dass wir dann halt hier wieder Land gewinnen, ne? Aber ganz schnell. Lass uns mal lieber losmachen, ey. Ich bin mir da gerade echt ein bisschen unsicher. Die wirken ziemlich aggressiv. Aber lass denen das Feuer da. Na, warte mal. Lass denen das Feuer da. Dann wird das alles viel schneller. Na, soll ich denen Feuer machen? Ey, ganz ehrlich, mit Feuer, ne? Mach denen hier mal so einen kleinen Holzschild an. Mach mal an da. Und pusten. Lass uns mal zusammenpusten. Wir müssen das Prinzip schon von alleine verstehen. Da kommt, guck mal, da kommt was. Oh, krass, krass. Guck mal, guck mal. Das ist das erste Feuer, was ich jemals gesehen habe. Na, so wie die reagieren. Meinst du, wir haben den, der Menschheit gerade das Feuer gebracht? Das sieht stark danach aus, ja. Auch wenn es noch nicht nach Menschheit aussieht, aber wir haben den Feuer gegeben. Krass. Oh, krass. Das ist ja echt heftig. Das war wie die abgehend, ey. Alles, was ich jemals bei Löwenzahn gelernt habe, ist wichtig. Die haben nicht das gelernt, mit dem hier Stöcke aneinander reiben und Feuersteine. Nein. Wir waren es. Das war unsere Generation. Aua. Was ist denn jetzt los? Ach, der will High Five geben. Los, komm, lass uns mal den ersten menschlichen High Five machen. Yeah. Geil. Wir waren die Ersten, Mann. Wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten. Wer hat es erfunden? Ist das irre? Guck mal, und schon ziehen sie ab, weil sie haben sie nur ein bisschen Platz jetzt Phase. Aber hier, ganz ehrlich, hier gibt es nichts. Rohr, ist dir irgendwas interessant? Ähm. Lass mal weitergucken. Wollen wir weitergucken? Lass mal weitergucken. Ja, lass uns weitergucken. Lass uns noch mal ein bisschen durch die Gegend latschen. Es ist ein bisschen langweilig hier. Ja. Ja, dann, ja, abkommt. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt. Ja, und die Vergangenheit? Die ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt. Zurück in die Vergangenheit. Und wann? Na jetzt. Jetzt. Das geht nicht. Wieso nicht? Es ist vorbei. Seit wann? Seit jetzt. Wann war das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Da nichts wie hinterher los, ergreifen Sie. Schiff vorbereiten für Lichtgeschwindigkeit. Nein, Lichtgeschwindigkeit ist nicht schnell genug. Was? Nicht schnell genug? Ja, wir müssen sofort umschalten auf wahnsinnige Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit. Achtung. Bereit zum Abschluss. Und drauf. Die holen die Knarren raus. Runter, 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 runter. Schnell, schnell, schnell. Achtung. Schnell runter. Schnell. Oh, Alter. Hey, Stefan. Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Bleib unten, bleib unten.